Brauche ich so eine Jö-Karte? Ich brauche so eine Jö-Werbung. Und da kommt so eine Bank daher. Ja, hallo, was ist denn das? Hallo! Zeigt das Jö auf Ihrem B***? Ah ja! Jö! Jö! Herzlich willkommen! Wir sind die Jungs von Nullpunkt. Richtig! Also wir dann jetzt mal professionell Werbung schauen. Schauen wir mal. Schauen wir mal an. Schauen wir mal an. Ich drücke auf Play, passt auf. Schauen wir mal an. Ja, Semmelbrösel. Öl liefen Öl. Karetten, Kartoffeln, Völkern, Heugenbröt. Schau, sie lacht. Wie wird das? Na, wir wollen ja Öl sammeln. Ach so! Bessere Antworten, wie alles geht. Das ist witzig. Bist du den Mann! Ist das witzig? Ihr Partnern mit Bawag PSK Kredit- oder Kontokarte zahlen. Einfach Ihre neue Kontobox in einer Bankfiliale registrieren. Die BAB. Okay, was geht da? PSK. Bawag PSK. Bawag PSK. Was, 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 was? Er liest, ganz ehrlich, ich meine, da muss ich jetzt ganz viel interpretieren. Er liest da Einkaufslisten, wo überall ein Öl drin ist. Kartoffeln. Das hat sie geschrieben. Ja, ja, das hat sie geschrieben. Na, wir wollen ja Öls sammeln. Wir wollen ja Öls sammeln. Grundsätzlich heißt es dann gleich mal, die Frau ist blöd. Oder sie will immer... Naja, oder gescheit. ...ans Auflegen. Naja, oder gescheit, weil sie hat ja die Ölkarten, weißt du, und er liest sie ja. Und er wundert sie ja. Na ja, Semmelbrösel. Öl liefen Öl. Karotten, Kartoffeln, Völkern, Rögenbröt. Was wird das? Na, wir wollen ja Öls sammeln. Ach so. Bessere Antworten, wie alles geht. Sammeln Sie bis zu 25... Oh, okay, okay. Bessere Antworten, wie alles geht. Alles groß geschrieben, weil das heißt ja Babak. Schön und brauche. Bei jeder Einkaufssumme, die Sie mit Ihrer Babak-PSK, das liest natürlich jetzt jeder. Kredit- oder Kontokarte bei JÖ-Partnern zahlen, sammeln Sie bis zu 25% mehr Ös. So, 25% mehr Ös gilt auf die Einkaufssumme in Euro, übrigens schwarze Schrift mit weißen Schlagschatten. In Euro mit Ihrer Kreditkarte Gold einfach Ihre Kontobox Small bis X-Large in einer Babak-PSK-Filiale registrieren. Das liest natürlich jetzt jeder. Bei JÖ-Partnern. Einfach Ihre neue Kontobox in einer Bank-Filiale registrieren. Die Babak-PSK. Kontobox. Box. Konto. Box. Kontobox. Brauche ich so eine JÖ-Karte? Bankpartner des JÖ-Bonus Club. Brauche ich so eine JÖ-Karte? Überall ist eine JÖ-Werbung. Und da kommt so eine Bank daher. Das Ding ist das, das ist eine JÖ-Werbung. Es gibt ja diesen JÖ-Club. Das ist die neue Pillar-Vorteils-Karte. Für mehr. Damit diese JÖ-Karte die Daten von den Konsumenten sammelt, damit die herausfinden, was da für Konsumentenprofile sind. Ja, das sind Marketing-Daten. Genau. Und die verkaufst du dann für Unmengen in deinem Geld. Und wenn du das jetzt mit deiner Bank koppelst, dass die nicht nur wissen, was du einkaufst, sondern auch, was du sonst mit deinem Geld machst, mega gut. Aber da musst du halt dann auch die Karten von der Bank hernehmen. Ja, nur, es ist schon das Thema. Also, zuerst greift jetzt JÖ die Daten ab. Das heißt, das kriegen dann Werbeagenturen oder irgendwelche Marketingagenturen als Werbeagenturen. Ja, oder Meierungsinstitute. Ja, und was ist bei der Bank? Das heißt, die weiß dann, wie viel Butter ich kaufe und für was ich mein Geld ausgebe. Die weiß, für was du dein Geld sonst ausgibst. Und die weiß auch, wie viel Geld du verdienst. Da wäre man beim digitalen Geld, weißt du, was das dann bedeutet. Dass die Bank ganz genau weiß, wem welches Geld du überweist. Trotzdem, ich will nochmal auf das Pärchen zurückkommen. Ja. Sie schreibt da Einkaufslisten, wir müssen doch JÖs sammeln. Ey, na. Na. Es ist schwierig. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das gesammelt und das nicht so bewusst angeschaut wie jetzt. Das macht dich fertig. Ein lang, gut, ein dunkelgrauer Pullover, ein hellgrauer Pullover. Das Geile ist, die ganze verfickte Werbung, entschuldigung, dass ich f*** gesagt habe, versucht sie, diese Orange aufzumachen, oder? Und macht nur diesen hier. Ja, aber das macht natürlich, weißt du, das ist aus dem Leben geriffen, der tut doch was. Weil sonst sitzt der einfach nur so da. Okay. Okay. Dann sagt er das da. Das ist sicher ganz viel Leute lustig finden. Moment. Na, wir wollen ja Ös sammeln. Ach schön. Ach schön. Ach schön. Sammeln Sie bis zu 25% mehr Ös auf Ihrer Einkaufssumme, wenn Sie bei JÖ-Partnern mit Babacus gleich gibt. Ist das aber ein geiles Angebot, oder? Ist das ein geiles Angebot, wenn du sammelst 15% mehr Ös? Geil. Ja, ich meine, ab zur Bank, oder? Ja, hallo. Was ist denn das? Hallo. Zeigt das JÖ auf Ihrer M***se? Ah, ja. JÖ. JÖ. Nur, nur... Na, aber ganz ehrlich, also, ah, diese ganzen, diese ganzen, nämlich jetzt zuerst einmal den Runden mit dem Spitz. Aber was tut das ein Halbmond in diesem O? Und nicht, dass ich den Halbmond jetzt thematisch falsch finde, aber... Ja, das ist so, das ist so freundlich. Und das sind die Augen, oder gibt es keine Augen? Naja, das kann ja sein, dass das so ein Frosch ist. Das sind die Augen, das ist kein Frosch, das ist ein Alien. Ja, von mir raus, aber ich würde sagen, dass das Augen sind und dann macht das wieder so ein bisschen zu so einem kindlichen Frosch. Das macht es unheimlich. So wie der Kermit der Frog. Aber nicht sympathisch. Schau es mit der Kermit. Hallo, hier ist Kermit der Frosch. Was, was, was nur viel schlimmer ist, was nur viel schlimmer ist. Siehst du? Diese Sprechblasen, weil das sind anscheinend die Bawak-Sprechblasen. Und dann kommt der Scheiß. Das ist... Äh... Los, komm, wir verschwinden. Ja, gern. Mach's gut, Froschchen. Tja, nun sind sie beide weg. Gut, alles Gute. Alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wäre cool, wenn ihr uns abonniert. Wir machen weiterhin... Werbung. Richtig.